minus 1 wieso bin ich dann die ganze zeit bei 100 schweins greifen an und anders denn ich wissen wie viele kommen Achtung Achtung und Marsch Achtung und Los und Los auf wie auf ich habe nämlich einen Bogen schützen und der kann Feuerpfeile machen immerhin einer wenn der jetzt stirbt dann ist es halt aber immerhin vielleicht mach mir lieber noch 5 oder bin zur Stelle so riskant so macht ihr alle nichts vor macht doch die Achtung 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 Leute ich habe zu wenig Fernkämpfer das ist ja ein graus wo kann denn die hin ich habe doch alles zu das ist gerade nicht so geil hier wir sollen da nicht so weit nach hinten gehen keine Verteidigung wo wollen die denn hin zum Tor der Kornspeicher ist voll mein Lord da geht es auch nicht wahrscheinlich zum Tor hin oder mal nicht ganz hinterfahren bitte dann kommt ihr doch nicht mal an die Rand Moment ganz langsam jetzt 不知道 bogen schützen bereit der karte fisch g fisch fisch und fisch 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 Das stinkt vielleicht Wie wäre es damit? Manchmal hilft nur Muskelkraft So ein Pech aber auch Was soll konstruiert werden? Das sie schworen Hochkonzentriert hier Das wird ihnen einheizen Da ist jetzt keiner hin Es werden Waffen benötigt sein Achtung Achtung Und los Waffen geschultert Vorwärts Bereits eure Lordschaft Auch noch welche hin Okay Den haben sie noch gegründet Das ist gut Ich weiß auch noch welche hinbauen müssen Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Ihr könnt das nicht dort platzieren Nein, wir wussten hier ein Feind Das ist kein Feind Zur Stelle Im Laufschritt Die Burg Hat standgehalten Befehle Achtung Da bleiben Es hat geklappt Da hinten kriegst du nicht mehr Wasser Hier braucht der Bubel Meine Stiefel sind undicht Wirklich in den Graben Dürft schaffen Wie tief Was soll ich denn da gemacht? Meine Stiefel sind undicht Wirklich in den Graben Unser Werkzeug ist bereit Ich habe ihn verbrannt Die haben sich automatisch neues Pech jetzt geholt Sehe ich das richtig? Das ist natürlich cool Aber es ist mir immer noch ein Rätsel Warum die Dingen Die Rammen nach da hinten Wo stehe ich denn das? Aber okay Äh, okay Jetzt habe ich so viel Mehl Das ist unfassbar, ne? Ich wiederhole es mir zu sch... Käpfle Oh, Klamsi Aber ich speichere vorher noch Warte Moment Dann kriegen wir das schon hin Glaub ich Müsste das erste sein Das erste ist doch... Oder ist das erste Pekingiere Und das ist Bogen Und das ist Bogen Ist das Bogen oder das Bogen? Das erste müssen die Lanzen sein Dann ist das zweite der Bogen Huch, was hat er jetzt gemacht? Oh, ich habe... Moment Das ist ein Bogenmacher Ich glaube, das ist falsch Warte mal Das ist falsch Dann doch das erste Das ist richtig Dann bauen wir gleich noch einen In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire So Wenn wir mal eine Kirche für die, ne? Können wir das leisten? Zwischen? Ja Gut Wir sind glaube ich fast fertig mit Buddeln Wo war denn Buddeln? Hier Eine Botschaft von Sir Longarm Obere, oder? Wir haben eine weitere Grafschaft zurückerobert Und unsere Zahl steigt Wie tief ist es? Wohin gehen wir? Okay, okay Das klappt, das klappt, das klappt Das wird, das wird Schneller Nicht zu schnell Gold fließt in die Schatzkammer, Sire Ich glaube, ich kann hier höher Ich glaube, die Minute ist auch gleich Ich würde es gerne hinten nochmal probieren Ich glaube, das ist ein Torhaus Ja Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord Ich glaube, da ist was im Weg Einfach nur Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord Wieso denn? Das ist doch eine Zugbrücke Oder habe ich was anderes ausgewählt? Das ist glaube ich eine Zugbrücke Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord Ich glaube, das ist Zeit für die Brille Ah Das ist heim Nicht doof Komm, ist es nix rot, ne? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord Ist nichts rot und trotzdem, es geht nicht Ich verstehe es nicht Ich kann es hier nochmal probieren Jetzt hier nochmal Ich kann es ja vergessen hier Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord Das ist das Torhaus vernünftigt Das ist ein bisschen enger zu Ah, oh, man ey Es werden Waffen benötigt, Sire Und los Erst, ähm, bis sie die wegmachen, ne? Was ist, habe ich eine Abgriffe? So Was ist, habe ich jetzt eine Abgriffe? Ach, keine Ahnung Ach so, äh, Lagerspeicher Hoffentlich habe ich jetzt keine wichtigen Vorräte gelöscht Thema, ja, du hast alles gelöscht Ja, wohl wirklich so jetzt Das ist halt klein, ne? Ihr habt keine Waffenkammer Ah, ich habe die Waffenkammer gelöscht Ah, okay Okay Gut Achtung Wir benötigen Gold Sire Und Marsch Marsch Oh, meine Gräberfußes sind fertig Allzeitbereich Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch Schade, dass ich das da hinten machen kann Na, das fängt nicht geil Aber na ja Zeit Ja, bitte Ihr könnt auch Ich ziehe jetzt auch schon mal zurück Zu lang ruhig Wahrscheinlich Ich sitze gleich ab Wo ich saue Gold, speicher Gold fließt in die Schatzkasse Gold fließt in die Schatzkasse Gold fließt in die Schatzkasse Denke ich bestimmt dran Klar Null problemo Der Kornspeicher ist voll, mein Lord Gerade in dem Moment ist er voll Waffen geschultert Dann weg da Bestimmt das Eine Botschaft des Schweins Meine Männer werden eure Knochen zermalmen Gleich geht's ab Oh, gleich geht's ab Oh je, oh je, oh je Es werden Waffen benötigt, sei Bereits eure Lordschaft Vorwärts So, dann losgehen Alles zu Bist du der letzte Kampf? Ja Der letzte Fight Das wird schon werden Oder? Das wird schon werden Und speichern Achtung Zur Stelle Achtung Sehr gut Mach die Baumeister weg Vier Ram wollen die aufbauen Vier Stück Zwei können sie glaube ich bauen Zwei können sie glaube ich bauen Drei Und los So, ja So gut wie tot Waffen geschultert Ja Sind das für die an der Ramme, oder? Bereits eure Lordschaft Zur Stelle Gehen da weg Achtung Sie sind Geschichte Bogenschützen bereit Feuer gefällig Feuer gefällig Rücken aus Feuer gefällig Mein Bogen ist euer Los Mein Herr Eure Befehle Dieser Gestank Bin zur Stelle Ja Nur einen Gebt uns eine Aufgabe Alles Gute Kommt von oben Scheuer Waffen Geschultert Ladet nach Bereits Kann gehen wir in der Gesellschaft Zur Stelle Feuer gefällig Achtung Jetzt war ich da zu langsam Habe ich da nicht aufgepasst Ne? Äh, okay Mach schon hin Wie können wir helfen? Euer Gnaden? Das stinkt vielleicht Wie wär's damit? Was soll konstruiert werden? Heiß wie die Hölle So ein Pech aber auch Und los Fangen tatsächlich an zu schippen, ne? Hätte ich jetzt echt nicht gehabt, dass die echt schippen gehen Wollen zum Torhaus, oder? Das ist mal meine Vermutung Aber solange wir alle anderen Gegner hier ausschalten Ist das egal, wenn die im Torhaus sind Achtung Es werden Waffen benötigt, Sire Zur Stelle Achtung Achtung Im Laufschritt Da hin und nach den Und Marsch Und los Sire Wir geben unser Bestes Waffen geschultert Wir haben den feindlichen Angriff überlegt Jawoll Wo ist denn die Rammen hin? Die spawnt Sind die einfach die spawnt Okay Cool Unsere Goldvorräte wachsen stetig Das ist mir da zurückzustellen, ne? Aua Alles nochmal gut gegangen Ich muss jetzt ja das Sieg kommen Hallo Die erst noch abhauen, die zwei Aber die Rammen sind geblieben Achtung Ich hoffe, dass es das war Eine Botschaft von eurem Informanten Kloddern, Leute fordern eine Kathedrale Ist das euer Ernst? Sieg Ich will auch eine ganz pralle Baumstatt Eine Botschaft des Schweins Ich mache Hackfleisch aus euch Hackfleisch Das bestimmt Sieg Sieg Wohl Ja, wohl, ja Unsere Ölbottiche haben sich als eine unglaublich wirkungsvolle Ergänzung unseres Arsenals erwiesen Zusammen mit euren klugen taktischen Entscheidungen konnten wir so die gewaltige Streitmacht des Schweins abwehren Unsere Leute sind auch fleißig, die haben auch schön erobert Als